Und damit herzlich willkommen zurück zu Resident Evil 7. Wir haben kein Inventar, weil wir durch dunkle Türen müssen, weil wir... Da ging es nicht mehr lang, der Aufzug ist nicht mehr aktiv. Wir müssen also hier unten rum. Wir dürfen jetzt wahrscheinlich kleine Spielchen spielen mit diesem Typen, mit dem Lucas... Oh, wei, oh, wei. Bin ich mal gespannt. Naja, wir wissen ja jetzt, was der für Rätsel eigentlich für uns hat. Also bei dem Video hat man ja gesehen. Ich weiß nicht, ob es die gleichen sind. Ich glaube nicht, dass es die gleichen sind. Oh Gott. Oh Gott. Also gut. Wird. Ach, diese Hintergrundgeräusche sind so übel. Also gut, dann gehen wir mal rein. Hi. Wo kommst du jetzt eigentlich her? Scheiße. Also gut. Selbe Spiel. Oh Gott. Oh Gott. Boing. E. Geht. Das Ding ist echt komisch. Das Ding ist echt komisch. Äh, klar. Leck mich am Arsch. Wo denn? Also wenn ich das Ding hier rausziehe, läuft mir das Öl raus. Das ist bewusst. Wissen wir noch das Rätsel? Ich glaube, das war Hängen. Glocke. Alter, sind wir gut. Wer macht sowas frei, Willi? Ich würde nochmal fünfmal pumpen oder so. Gut, Fernrohr benutzen bringt noch nichts. Deswegen nehmen wir das Fernrohr jetzt. Dann wird es jetzt sauber. Gut. Was sagt uns das Fernrohr? Ja, gleiches Spiel. Gut, hat man schon. Uiui. Burn, Puppe. Burn. Und, äh, die Kerze zünden wir auch nochmal an. Weil, die Kerze brauchen wir für... Dada. Ich sehe nichts. Ah. Warum bin ich auch geduckt? Dann mutieren wir mal den Finger. Können wir da eigentlich mal nicht die Kerze in die Hand tragen? Das Ding sieht auch so übel aus. Gut. Haben wir mal die ganze Luftballons kaputt. Boim. Müsst ja der Schlüssel oder das Ding hier liegen. Genau. So, jetzt schauen wir mal, ob das Passwort auch wieder Lucha ist, äh, Loser ist. Äh, hätte sie zumindest ein anderes Passwort aussuchen können. Oh, ja. Oh, ja. Ja, lauf doch! Das tickt! Scheißkerl! Du solltest doch draufgehen! Äh, und wohin? Ich glaub, das tickt. Fuck it! Scheiß! Die war für dich vorgesehen, verdammt nochmal! Oh! Aha, das war's denn da grad eben noch. Ach, guck mal! Wir haben den Kopf der Desiree. Endlich! Mia! Mia! Mia und Zoe. Mia, wer bist du? Wo seid ihr? Wir sind gleich hinter dem Steg. Vor dem Raum da. Beeil dich! Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Ist bewusst! Dass ich hier... Oh! Ich kann speichern! Und die Karte! Ähm... Machen wir gleich mal auf. Das ist der... Das ist der... Ne, genau, der ist ja zu. Ne, egal. Wir holen wieder unsere Waffen raus. Was? Erstmal... Ersthilfe. Dann... Die Flinte. Brauchen wir grad nicht. Oh, ja. Einmal. Zweimal. Dreimal. Viermal. Achso, die Munition brauchen wir noch, ne? Wo ist unsere Munition? Hä? Wird der jetzt irgendwas übersehen? Äh, wir haben keine Munition mehr. Oh, scheiße! Wo ist unsere Munition hin? Wir hatten doch noch. Voll viel. Oh! Aber Handfeuerwaffe... Aber Handfeuerwaffe... Haben wir nichts mehr. Na, das lassen wir mal da. Scheiße! Oder mit dem Messer kämpfen. Wie sieht unser Leben aus? Ja, geht. Ja, geht. Was sind wir? Ach, guck an. Flintenmoni. Ach, guck, da hinten geht's weiter. Ach, guck, da hinten geht's weiter. Okay, dann brauchen wir unsere Kurbel wieder. Ah, wie kriegen wir denn hier? Ah, wie kriegen wir denn da Munition? Ah, wie kriegen wir denn da Munition? Die Kurbel wieder. Die irgendwo... Hier... War das die da? Die Kurbel, genau. Die müssen wir mal mitnehmen. So. Bleiben wir trotzdem bei der Handfeuerwaffe. So, die nehmen wir mit, weil ich vermute mal, die brauchen wir nämlich hier oben nochmal für das Bootshaus. Ich komme mir. Und Zoe. Zoe, der hat mich jetzt auch mal Interesse. Ernst. Jetzt fängt das Klee an mit Regeln, oder was? Alter, was ist denn das für ein komischer Sumpf? Jetzt gehen wir erstmal in diese komische verfallene Hütte hier, ne? So, Stau ist, bricht sich's knick. Naja, wird das wohl ne Bombe sein? Oh dang! Ist der was? Ich hoffe mal, dass das keine Bombe ist. Ah! Ha! Wir kriegen wieder Moniz. Okay, Ladesequenzen. Nicht gut. Ja, Alter. Klar. Auch nicht gleich den Kopf verlieren. Ach du Scheiße. Na komm, da komm, da komm. Nein, ich hab das nicht so wirklich gemacht mit dem da komm. Du darfst es nämlich nicht immer gleich sehr wörtlich nehmen. Ich glaub, das ist ne Falle. Oh! Oh! Hey! Saferoom! Alter! Hehehehehehe! Äh. Außer, dass ich schon wieder gegen das Mikro gebockelt bin. Ach du Scheiße! Wir finden hier gerade so viel. Das ist gar nicht gut. Wie gehe ich da gegen das Mikro die ganze Zeit bockel? Erstmal gucken, was noch da oben ist. Oh, nichts. Also gut. Scheiße. Was haben wir da? Oh, Alter, wie viel? Ähm, was brauchen wir denn nicht mehr? Ich vermute mal, die Kurbel brauchen wir nicht mehr. Die legen wir zurück. Das ist Krautbrom. Da knarrt was hinter der Tür. Das Messer, oder der Flammenwerfer. Ich leg mal den Flammenwerfer weg. Vermut mal, wir brauchen den Granatwerfer jetzt, auch bald. So, Munition haben wir, Schrotflinten-Munition haben wir auch. Das Ding, Schießpulver, haben wir noch sonst Schießpulver, irgendwas? Wir können das noch kurz mitnehmen und wir nehmen noch das kurz mit. Pille für Nerven-Ding. Das fressen wir mal kurz gleich. Das nehmen wir auch noch kurz mit. Wir haben die Mac noch gar nicht gefunden. Okay, wir basteln uns erstmal Munition. Das ist ein Nehmittel. Ah! Ja gut. Hätten wir uns ja auch sparen können. Aber jetzt wissen wir zumindest, dass das mal funktioniert hat. Das da tun wir mal weg. Da fressen wir gleich mal eine. Die behalten wir mal. Bin ich eigentlich verletzt? Nee, aber... Kann ich denn trotzdem mal kurz... Haben wir jetzt eigentlich... Oh, geil. Sieht ein bisschen selbst gebastelt aus. Ich hoffe, dass das Ding mir nicht um die Ohren fliegt. Ähm... Wir haben echt keine Granatwerfer-Muni mehr. Da ist er noch. Tja. Hatten wir nicht mal noch blaue Munition? Hm. Okay. Die nehmen wir nicht. Das nehmen wir auch nicht. Wir nehmen das da. Da laden wir mal kurz nach. Da laden wir auch kurz nach. So, dann haben wir... Das fressen wir mal kurz. Da unten liegt irgendwas. Speichern wir nochmal. Zeichnen nochmal ein Mikro vor mir. Oh ja. Ich rede kaum klar. Ein bisschen dran vorbei. Mikro. Das Mikro. Gut. Hallo? Ist da noch jemand? Alter, wie viel da noch ist? So, und jetzt gehen wir raus. Ähm...